Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind mit dem Stichwort TH1-Tierrettung hier im Körper gealamiert worden. Es ist, wie man im Hintergrund sieht, eine junge Ente in den Überlauf vom Teich geschwommen. Schon das zweite Mal, muss man sagen. Somit waren die Abläufe, die wir hier durchgeführt haben, für uns klar. Es ging relativ schnell und zum Schluss muss man einfach sagen, Ente gut, alles gut. Ich würde sie da bloß umgeben, den Rest auch. Aber es kann ja sein, dass du das bis in der Stange gemacht hast. Ist doch fliegen, oder? Nein, ich habe keinen Kanal gestellt, mit 22. So fliegt das. Und es geht auch rein und versucht, es ist in der Abläufe zu befinden. Aus der Abläufe, die auch etwas ausgerufen wird, in der Abläufe. Er hat in der Abläufe gemacht bekommen, und er hat in der Abläufe vorgelegt, dass er Including the Law wird und es ist. Er hat sich seit zählend Christen mit einem wasser, wenn es sich in der Abläufe will, wenn es nicht so ist, Er hat sich in der Abläufe gemacht, Wir haben einen Blick auf den Abläufe. Mit dem Abläufe! Der Tor! Hallo. In der Zentrum. So ein Gläschen mit Schuhe? Oh! 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 Ich trug für sich hier! Jens, trotzdem bin ich geformt. Oh! Dann sind alle noch. Hör mal in den Lämmschild dabei! Hallo! Vielen Dank.